So, ich hab mich gestreckt. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin form. Ich bin aufgefallen. Versuch's jetzt gerade die ganze Zeit so, wie du's mir gerade gezeigt hast. Ja, es hat zweimal geklappt. Zweimal? Immerhin. Ah, hab ich auch gerade gedacht. Oh Mann, Alter, ist aber echt traurig, dass ich das nicht auf die Reihe bekomme. Wenn das hinspringen, dahin ist ja auch halt so, dass so... Oh Mann. Max, fall down. No, fell, fall. Ja, sie ist. Fall, fell, fell, fell. So, ich schaff's. Ich hab's bis jetzt immer. Bisschen Fick dich ab, wenn ich baue ich jetzt ab. Was? Hab ich keinen Apfel abgebaut, da ging mir so auf die Eier. Noch irgendwas zum abbauen. Ich übersteck euch alle Kau. Nicht die Blume, groß. Ach, hey, ich kann gar nicht abbauen, das verschwindet einfach. Warum verschwindet ihr? Soll ich euch abbauen, Alter, ich schwe... Baum, ich mach dich jetzt kaputt. Hey, warum droppe ich nix, wenn ich dir was abbaue? Du droppst auch kein Beat. Okay. 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 What the fuck? What the fuck? Warum, Alter? Was ist denn an dem Sprung so schwer, bitte? Ist das nicht zur ersten Leiter? Hey. Das versteh ich echt nicht, Max. Ich auch nicht. Und Spaß. Vor allem... Oh! Ja. Das Problem ist, ich hab den Sprung schon paar Mal hintereinander geschafft. So, und jetzt schaff ich ihn grad hintereinander nicht. So, hä? Kein Sinn. Ja gut, dann warte nur auf die Period, bis du wieder hintereinander ihn schaffst. Wann kommt die morgen, oder was? Das kommt, das muss ja wieder kommen, weisch. Irgendwann wirst du's schon wieder packen, keine Sorge. Mann, Alter. Aber mach dir nichts draus, ich fäll die ganze Zeit am zweiten, und ich krieg die nicht auf die Reihe. Das tut echt... Die würde ich immer... Schon echt belastend, Alter. Es ist belastend, es ist auch... Die Tatsache, dass ich's nicht auf die Reihe bekomme, regt mich ein bisschen auf. Weil ich weiß, dass ich eigentlich kann... Warte mal. Ja. Vor allem, weißt du, ich dachte nicht, dass der so krass ist, weil... Keine Ahnung, ich hab den beim ersten Mal halt gleich geschafft. Gleich auch, und danach... Jetzt hat nicht mehr was, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was da los ist, hä. So, Max. Äh... Überlegen. Weißt du, dann kommt dazu, dass man gar keinen Bock mehr hat, die Sprünge davor zu machen. Weil wir eigentlich nur den schweren schaffen, ne? Ja. Und bei denen dann halt... Wollen wir uns... Checkband beim Wither setzen? Beim Wither? Ja. Ja, mir egal, können wir machen, ne? Ja, nein. Bei mir ist das Wumpe. Mir ist das eigentlich auch Wumpe, also... Keine Ahnung, können wir schon machen. Gut. Wollen wir nur das Pulli wieder mit nem Eiswischen trinken. Ja, das ist voll nervig, gell. Ja. Kann man nicht so ne Pressure Plate hin machen, aber ne, das muss man erst konfigurieren, gell. Äh, wie würde das schon gehen? Geht das noch? Ne, das ist noch andersrum, gell. Was? Geht. Geht. Hey, lol. Was ist grade passiert? Mhm, die Psy-Kop... So irgendwo? Nee, ich weiß nicht, wo ich nen Comment-Plug herbekomme. Ist auch nicht. Ja, egal. Machen wir halt nen Bett und dann... Stell mal ein paar Fackeln auf, oder sowas. Eigentlich macht das echt voll Sinn. Macht halt irgendwie schon Sinn, aber So anstrengend fackeln aufs Hesel Ich liebe Oh man, ich fühle mich so scheiße, wenn wir immer so Checkpoints machen, aber Weißt du, was ich meine? Ah, geht eigentlich Weiß nicht, also, was heißt scheiße? Ist halt notwendig irgendwie, oder? Ja, schon Was heißt notwendig, aber es ist halt Äh, äh Machst du fackeln? Ja Ich mach Nightwischentränke Teamwork Also da liegen jetzt ein paar Nightwischentränke für dich Ja, warte mal, wenn ich jetzt fackeln mache, dann brauch ich keine Nightwischentränke, oder? Pst Nightwischentränke sind sehr sinnvoll Ja? Hier liegen ganz viele für dich, heb die mal wieder auf Ja, warte Das ist halt nur die Frage, wie man hier springt danach Also ich bin immer hier, guck Guck, guck Max Zack Wow, auf den Slime Und dann? So Dann hier drauf Das ist das Beste, wenn du das packst, dann ist geil Du kannst aber auch unten landen Dann ist nervig Ich war, hier hatte ich es auch hoch geschafft schon Okay Aber ja Da oben ist der Checkpoint, siehst du ihn? Ja Ich gehe drüber Schön Schön So Heben sie mal ihre Nightwischentränke auf Perfekt Das war jetzt halt einer Echt jetzt? Ja Achso, wahrscheinlich weil ich noch im Game Mode bin Oh scheiße Das waren 10.000 Das Spiel Bald Äh, Mann Egal Ja, sieht echt cool aus Egal Du was machst? Oh Mann Jetzt schaffe ich den Sprung nicht Das kann doch nicht sein Warte mal Ich habe mich angesteckt Hä? Max, bitte Nicht mich anstecken Gott Ah, jetzt geht's Puh, das war schon so Dieser Moment, wenn du halt so an den Dinger drankommst Aber ihn dann halt auch nicht packst Nein, ach Jetzt ist mir gerade das gleiche passiert Wie vorhin hast du mir das erklärt hast Ich bin einfach da rückwärts runtergeflogen Stimme, Spaß Hm Ich überlege gerade Warum ich den ersten jetzt nicht mehr schaffe Ich bin zu gut für diese Welt Das ist mein neuer Soundtrack Ich bin zu gut für diese Welt So, zack So, Max Jetzt ist es Zeit für ein Du, äh Okay Ach, ich habe zwei Herzen, Alter Oh, krass Man, das packt jetzt kurz, Alter Scheiße Scheiße Ich habe das jetzt gerade so gemacht Ich bin einfach ganz vorne an die Ecke Und bin dann einfach Wirklich ganz an die Ecke abgesprungen Mit Anlaufen Ich gebe keinem Bestes an mich zu glauben Boah Scheiße Ich bin zu weit Nein Nein Oh Mann, Alter Wie uncool Gibt es hier keine Liane oder so Das ist echt Nein Gott, Alter Das ist echt uncool Und unnötig Ich habe nicht gedacht, dass ich das auf den Block schaffe Und dann bin ich halt noch weiter gesprungen Und dann Oh Dad Scheiße Scheiße, ja Deine Aussage war dann, als du vorhin gelogen Ja, stimmt Oder falsch pronostiziert einfach Eins von beidem Oh Mann, oh, das war traurig Ich glaube, er hat gelogen Aber ich glaube, es klappt echt ganz gut Wenn man da direkt von der Spitze vorne aus springt Gell Bulgarien Mein Herz schlägt Pirbel Weil ich glaube, es geht besser, wenn du Shift auf einer Also Sprinten auf einer Taste hast Ja Ich kann es mir vorstellen Weil wenn du ganz an der Kante stehst und abspringst Und dann direkt Shift ist, weißt du Nicht Shift ist, sondern so Sprint ist Ja, ich weiß, was du meinst Hä? Ich habe es geschafft Ja Dann bin ich Bin ich nicht stehen geblieben Und dann habe ich weiter gesprungen Und dann hat es mich auf die Fresse gelegt Oh Mann, Alter Gehst du wirklich bis ganz vorne hin? Nicht ganz, weil dann kannst du ja keinen Sprintenlauf mehr nehmen Nur so ganz vorne Dann tickt zurück Und dann Dead Ass Wie kann ich jetzt Wie kann ich jetzt hier abspringen? Nein Okay Wie kann ich jetzt hier Nein Wie machst du das? Ich weiß nicht, bin auch gerade drunter gefallen Ich hätte mal nochmal hochspringen sollen oder so Wahrscheinlich, ja Auch cool, ne? Schaffen es beide Dann steht mir also behindert drauf Das ist mir immerhin, wie der Sprung geht, gell? Gott, Alter Ist gut, ich bin auch Ich bekomme das Schaden irgendwie, wenn ich dann drauf springe unten Ja, ja, ich auch Ja, ja, ich schaffe ich jetzt mal den ersten Sprung wieder Gut, ich fall auch gerade drunter Es ist echt, es ist so richtig traurig, was wir hier machen eigentlich, gell? Ja, aber irgendwie, da Es muss irgendein Trick gehen Den wir halt einfach noch nicht richtig raus haben Ich weiß nicht Wow Danke Danke, Linus Danke fürs Anschubsen, Alter Du Du Spaß Hier Einfach so So einen Schubser gegeben Weißt du so Hehe Du bist der böse kleine Bruder Sorry, das musste sein Jetzt Pass doch auf, mal Alter Linus Night Vision Trank verschwendet Ich bin auch untergefallen Ich habe auch den Night Vision Trank verschwendet Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde Ich habe jetzt ja auch noch einen Night Vision Trank Und dann würde ich mir Einen Ich habe ja noch einen aufgesammelt Ist ja auch egal, ich fache Reichen eigentlich Scheiße Kann man hier echt nicht abspringen? Du hast mir traurig nachgeguckt Nein, Linus Nein Man Hä, irgendwie Ich check das nicht Geht das? Dass man da, wenn man da drauf springt Noch mal höher kommt? Ne, ne? Hä? Fuck Wie geht das? Ah Alles okay Halt einmal Okay So, zack Oh Gleich soll ich runterfallen Und ich falle noch weiter Sag ich, sag Hier riecht es krass nach Essen in der Wohnung Nein Wird bei euch kein Essen gemacht schon? Mhm Ich verstehe nicht, wie habe ich das vorher gemacht von dem Slime einfach weiter zu springen? Ich war jetzt schon viermal auf dem Slime und ich habe das viermal nicht weiter geschafft Ja, uah Rää 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 Ich warte, ich muss hier ganz kurz chillen Bitte, falls du es schaffst, tue ich nicht runterschubsen oder so Loll Okay Ich chill jetzt hier kurz Danke Oh, Gott, Alter Mann Oh man Oh 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 Oh